Ich hatte viel Angst mit diesem Kind. Als Mutter mit einem ersten Kind gibt es viele Dinge, die man nicht weiß. Man ist sehr sicher, viele Fragen. Was verändert sich da alles? Man weiß nichts, wenn man Kind wird. Dann kommt der Moment. Du bist eine Nacht am durchkämpfen und dann ist auf einen Schlag der Schmerz weg und alles ist vorbei und alles ist gerade. Du schaust dieses Kind das erste Mal und ja, dieses Bonding passiert. Das ist, ich würde sagen, das ist der größte Moment. Die erste Mal, dass ich ihn auf meinem Seine nicht funktioniert hat. Dann hatte ich viel Latte. Ich hatte ein enormes Seine. Je nachdem wie die Brust gebaut ist, bei mir war es ein bisschen kompliziert, weil es sehr flach war. Da muss es einfach lernen. Man muss sich kennenlernen. Es ist auch ein Kennenlernen, das Stillen. Die Brust hat das Gleiche. Die Brustentzündung. Meine Frau wollte eher für eine Brustentzündung. Dann wollte ich es in der Nacht schwarz. Dann haben wir es verrouxiert. Dann haben wir was in der Nacht. Dann haben wir es gering. Dann haben wir ihn gelangen. Dann habe ich es in der Nacht und ich den Brustentzündung. Und bei meiner Frau habe es le relateiert, trotzdem habe ich es mit meinem Seine dem Baby oder dem Vater. Für mich war es erst mal ein Problem und ich hatte auch eine Brustentzündung und es war super für mich abzupumpen und ihn trotzdem weiterhin Muttermilch geben zu können. Und da war ich sehr froh und dann war das nach einer Woche auch wieder geheilt und dann konnte ich ihn, Gott sei Dank, wieder ansetzen. Erst habe ich sie eine Brustentzündung und ich war sehr glücklich, dass sie auch die Brustentzündung genommen haben, und das war toll. Ich konnte wirklich verändern, und ich habe es zehn Monate gemacht.